Was geht? Wir sind so zu, und spiele ich Superhot. Superhot, ja. Wir sind alle Superhot, und deswegen spielen wir heute Spiel des Glaserhot. So vieles jetzt, oder? Ja. Kann man lassen. Und keiner weiß, was geht, aber wir spielen jetzt. Ja, ich schau mal. Ja, am anderen auf jeden Fall ist Superhot X, oder? Let's kick it more, fucker! Die Schuhe sind ein Brainfighter-Scheiß. Ganz ernst. Das ist tot. Das ist kein Brainfighter-Scheiß. Ja, sorry, jetzt muss ich abziehen. Na. Das ist völlig komisch, wie schon das läuft. So. Move ich. Woher ist der? Genau. Aber das ist nur, solange du dich bewegst, passiert irgendwas. Okay, kann man schnell. Ich hab's gecheckt, aber ich hab grad meine Waffen weggeschossen. So. Ja, passt. Ich hab's versaut. Nein, ich hab mir raus, dass ich meine Waffen weggeschossen. Und ich brauch meine Waffen, damit ich die Jungs überschliessen. Ja, aber da kannst du den Schüssen ausweichen. Ja, nicht, wenn ich zubeklagen muss. Ja, sicher. Ja, ich hab nicht gewusst. Ich schieße mit rechter Maustaste meine Scheiß-Waffen weg, Alter. Ja, das war's, oder? Ja, das kannst du mir auf den Schuss fangen. Don't even try. Ha, 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 ha. Ja, das ist ein Problem. Ah, der läuft geschießt auf dich. Achso, weg ist immer raus. Komm schon. Achso, fuck, ich kann nur schießen. Jetzt machst du dich bewegst. Das heißt, der Schuss kommt noch nicht an, oder? Der nächste Weg, okay. Super. Hot. Super. Hot. Super. Hot. Super. Hot. Ja, wir sind superhot. Wer hat der Garn eingert? Als Superhosto mehr oder weniger sich gelesen. Ja, das ist nur so... Alter, ich verstehe es nicht, oder? Warum nicht? Achso, wenn er drauf bleibt und... Achso, wenn er mit COD gespielt hat, du musst ihn einfach vorher mitbezogen. Jetzt warte! Ah, der braucht zum Nachblumen! Ah, nein, 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 nein! Scheiß, jetzt war so gut, ey! Was? Ich habe unterwischt. Ich habe unterwischt. Aber da... Ah, der war zu hoch. Aber er braucht da ein bisschen... Also, der hat kein Flächen von mir drüber. Der hat da eben nur die Guss, ne? Ah, du musst mit einberechnen, in welche Richtung das rief. Ja, sicher. Ja, das stimmt nicht. Was? Was? Was hast du gemacht? Weil er es geschrieben hat! Ja, jetzt musst du mir einfach die Gusschen, oder was? Wurde! Ja, ich habe geschrieben, dass wir immer Waffen gegen ihn haben. Ja, ja, du musst ihn immer beruhigen werden. Aber ich habe keinen Waffen... Aber ich habe keinen Scheiß... Ich habe kein Monizieren, ich habe keine Waffen mehr. Ja, einfach davon. Ja, du gehst nicht weiter. Ja, du gehst nicht wieder die Gusschen in der Fetzen. Ja, du gehst nicht wieder die Gusschen in der Fetzen. Ah, du gehst nicht wieder die Gusschen in der Fetzen. Ja, du gehst nicht wieder die Gusschen in der Fetzen. Ja, aber das ist ja gestanden. Ja, aber ich sage mal, wir müssen nicht auf die Gusschen halten. Aber ich habe noch nicht ganz gecheckt, wie das mit dem Schießen vorgespielt hat. Dann bewegt sie sich ein bisschen. Und wenn nicht drauf bleibt, dann geht es weiter. Ach so, okay. Da kann ich mehr oder weniger Schritte umstüllen. Ah, okay. Okay, Merz. So. Den. So ein Schuss. Wir gehen rein. Jetzt kommt der Nächste. Jetzt kommen die Nächsten zwei Jungs. Das ist gut so. Heimekup. Kommt der Nächste. Ach so, warst du ja auch nicht vorher? Nein. Wir haben gegen den Kopfschluss. Ja, das war doch ein Kopfschluss. Nein. Aber ich habe nicht... Aber ich habe nicht ganz gecheckt, wie das funktioniert mit dem Schießen. Weil du kannst den Schuss ansetzen und dann geht die Zeit, wenn du drauf bleibst, vergeht langsam weiter. Und wenn du drauf drückst, vergeht mehr oder weniger eine Sekunde. oder irgendwie sowas. Oder ganz... Ganz eine kleine Zeitsprache. Ach, Fickzeug, Alter. Ja, Alter. Ja, Alter. Du warst mal im Offenwagen, weil er es gesagt hat. Ich glaube, du warst in deinem Auto. Kann auch sein. Ich muss noch mal sagen. Okay. Der Hund, der war ja nicht einmal gestraft, Alter. Der war ja nicht einmal gestraft, Alter. Der war ja nicht einmal gestraft, Alter. Ja, take it slow. Take it slow. Okay, aber gleich komplett noch eins. Schießen Sie rechts? Oben. Schießen Sie rechts? Schießen Sie rechts? Oben. Der war vorne. Das kannst du schießen. Da haben sich aber die Kugel gerufen. Natürlich. Ja, ja. Und... Super. Super. Das ist ein Game, Alter. Ich glaube, das macht so cool schon aber wahnsinnig Spaß. Das ist so schön. Okay. Du wirst nicht schon super, was du tust? Nein, nein. Nein, nein, nein. Du wirst nicht mehr inflammatory. Ja. Das ist so. Das war der nicht, Alter. Ganz genug, Alter. Was? Du warst geräußt, Alter. Der hat mich doch nicht getroffen, Alter. So, Fuck. Nein! Bist du in der Sand? Bist du jetzt morscht? Bist du morscht? Bist du morscht? Bist du morscht? Der rennt nach links, das heißt, wenn ich... Ich weiß nicht, wie weit sich die bewegen, Alter. Der hat so was gebrochen, aber... So... Oh, shit! Ah! Genau, ich drehe, Alter! Das werden so einfach gut ausschaut. Was, der ist noch immer groß? Der wäre jetzt eh aufgerufen, Alter. Ja, weil bei der links keinen mehr schießen, du Arschloch! Guck mal, ich baum, Alter! Haben wir den vorher so hart ausgenockt? Ja, aufs Maul! So was! Ja, du musst schon einen Schuss reinpürzen, Alter! So, warte, da jetzt! Jetzt musst du runtergenommen! Ah! Der Hund rennt schneller! Ja! Ja, der ist noch nicht schneller! Ja, der ist noch nicht der. 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 Da ist einer! Ja, rechts! Was? Einmal auf einmal! Ja! Du hast noch nicht geschossen, Alter! Hallo? Kannst du das hart durchschneiden? Kann ich mir das durchschneiden? Aha! Der hat ein Schuss! Scheiße, die Zinkur, Alter! Aber er hat den anderen um den Schuss, Alter! Aber ich war ja gerade an der Bahnhof! Jetzt bin ich einfach geschlagen! Das ist viel schwerer, Alter! Alter! Du musst nicht da schießen, sonst überlebt er! Ja, der überlebt sonst! Ja, ich hab ihn auf die Gospen gehört, aber er überlebt sonst! Der geht jetzt sowas rein! Hast du den Schuss gesehen, Alter! Wie bei Counter Strike! Weiter rechts! Ja, weiter rechts! Okay, nein! Regeln! So! Er hat rufen! So, wie soll ich das ziehen? Dann kannst du den Hochverdruck ein Stück rutschen, oder was? Nein! So! Ach so! 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 Aber das war schwarz neben mir, bis es gelb wird. Das war eh schwarz. Halt die Dusche. Aber warte noch. Ich muss die Dusche nehmen. Okay, kann ich nicht mehr sagen. Der ist super. Der ist super. Scheiße, ich habe die Waffen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Warte, ich höre es. Direkt Vollgas, Mann. Ah! Ich hätte zuerst ausweichen sollen. Oh, 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 oh. Das geht so aus, dass ich nur den Schuh setze und dann weg rein. Aber ich glaube, das ist noch geil rausgegangen. Ach so, ich kann... Da gibt es sogar Waffen. Halt wieder rechts. Ja, warte. Weißt du auch noch rein, kriegst du Waffen ab. Weißt du ab. Rückwärts dein. Gibst du gleich rein ins Knie. So sehen. Dann willst du gleich rein ins Knie. So was fand. Super rot. Der hat geschossen, oder? Alle fangen. Scheiße. Nein! Ich muss ihm auf die Dusche nehmen. Ah, der hat den in die Dusche nehmen. Was ist? Ah, nein. Der ist geschossen. Hat der geschossen? Der hat nicht geschossen, oder? Nein! Nein, du nehm! Wie ruhig dich? Ausgewichtigt. Passt. Wie sie gehen. Und die haben noch... Bei der rechts? Nein, sie gehen da rein. Superhot. Hot. Superhot. Ein Superhot, Alter. Mehr wein. Mehr. Kann ich verstehen. Okay. What the fuck? Was geht denn jetzt, Alter? Jetzt ist mir heute die ganze Welt schon, falls er nicht weiß. Jetzt ist mir heute die ganze Welt schon, falls er nicht weiß. Bis jetzt nicht mehr Superhot. Nein! Ich wollte Julu schreiben. Okay. 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 Ja, ich habe es automatisch. Hey. Ok Ich bin kurz Echse abgedeckt Super! Hot! Der kommt! Gewoffen! Der war jetzt schnell! Uh! Der hatte! Da habe ich aber nichts mehr machen können Darf du noch vorne springen? Ja, du hast wirklich gesponnt Oh! Fuck! Geht es dir? Nein! Nein! Oh! Er hat den Busch! Das ist der Fall! Der hat alle gesehen! Der hat wirklich kurz kurz kommen vor hinten an! Der hat schon geschossen! Der hat schon geschossen, ja! Kommen wir da rein in die Tür oder rechts? Ja, ich habe ihn an der Dokum! So! Ja! Er ist weg! Dokum! Da ist einer! Das ist nirgendwo ein Schuss! Ah, der rennt! Oh oh! Der rennt! Ah, der geht! Der rennt! Halt! Der rennt! Der rennt! Ja, ruhig! Komm schon, wir brauchen eine Mission! Halt! Halt! Wie steppert ist es gut! Super! Super! Halt! Super! Halt! Super! Ich finde die Scheiße! Ich finde die Spielmechanik viel lustig gemacht irgendwie! Das ist eine saugeile Idee! Ey, da warst du mit der Flosch auf die Tasche! Moin Schatz! Da hat der Waffen! Ja, sicher hat der Waffen! Ja, da wird's nicht einmal Schatz geben zuerst! Nein, ich muss ihm bei Flosch durchziehen! Oh, Alter! Okay! Überall, Spostdruck! Das ist nur auf diesen Tag! Ja! Aber ich glaube, der hat nicht alles sein! Nein, nein! Jetzt fliegt's ja woffentlich! Jetzt kommt er raus! Das ist gut! Der ist noch ein Tor! Bei der, der auf der Parkhilfe ist noch nicht mehr! Ja, aber der hat nur noch gekämpft! Der hat keine Waffen! Das heißt, der ist wichtig, dass du dir fügst! Wohin hinter dir ist groß! Ja! Was? Heftig! Bursch! Okay! Schuss! Daneben! Der Weg! Einmal auf die Hände drauf! Trotzdem! Trotzdem! Easy game! Okay, schieß doch wieder! Du! Ah, du Eisloch! Aber da vorne noch, oder? Den hab ich nicht gesehen, 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 oder? Der trifft! Der trifft auch! Der ist versenkt! Kommt schon noch einer rechts von dir, oder? Nein, den hab ich gerade drauf! Ich glaub, der kommt drinnen raus! So, kommt jetzt der Parkipal! Warte, warte, warte! Wie ruhig! Wie ruhig! Kommt der nächste! Ja, ich muss noch nachlaufen! Huh! Jetzt muss noch... Letzt los, weil! Empty Magazine! Ah 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 ah! Ich muss hier Waffen fahren! Geht sich aus! Ist das dein? Der ist noch tot! Nein, das sind die Beine! Fackt hat das langsam Waffen! Warte mal! Wo ist der Schuss? Der Schuss! Der Schuss trifft ihren! Nein, der geht an die Wand! Der ist irgendwie morscht! Okay, ich... Was? Die Zeit geht von selber weiter! Der war daneben! Scheiße! Was? Er geht nicht rechts! Er ist rein! Ah, der hat doch rechts geschossen! Good adjuice! Der hat mich verloren! Der Schiss Hallelujah! Wicker! Wicker! Siehén bases! Der Wellness! Ah du! Der Strafschuss! Der Strafschuss! Der Strafschuss! Doch! Das ärgelt man! Jetzt kommt gleich von da drüben noch einer. Der schießt da oben. Oh, oh. Jetzt habe ich in der selben Situation. Geil. Den habe ich getroffen. Und dann haben wir es. Ah, berühmt dich. Ich weiß nicht, aber bevor einer auf die Gruschen fährt. Aber was dir umdreißt, dann vergeht auch Zeit. Es vergeht auch Suchzeit. Wenn es zu lange braucht, vergeht auch Zeit. Ich glaube nicht, das ist der letzte. Ich glaube nicht. Ich rufe den immer noch nicht erschossen. Der liegt immer noch. Ja, ich weiß. Aber ich habe es jetzt schon noch hinterfügt. Wie kommt es jetzt so? Super. Hot. Super. Hot. Das war crazy, oder? Geil. Geil. Ja, gleich noch. Lefty. Ha 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 ha. Haben wir da jetzt alle? Nein, oder was? Ich glaube. Ich glaube nicht zuerst erben die Nummer. Ich glaube, du darfst nicht zu liegen. Okay, ich muss erst den mit der Wurfen da. Ja, die macht mir damage. Der rechts links. Ah, rechts links. Das sind zwei mit der Wurfen. Heuer auf die Gruschen. Gewehr. Der ist gefährlich. Der ist gefährlich. Dann ist der gestunnt. Der ist gefährlich. Aber ich glaube nicht, ich habe keinen. Der ist gefährlich. Der ist gefährlich. Der ist gefährlich. Ah. Vielleicht muss ich nicht den nehmen. Sondern einen anderen. Kann ich den jetzt killen? Okay. Vielleicht kann ich anfangen. Pass. Er ist tot. Dann. Der hat da sowas ausgeschmeiert. Aber warum habe ich ihn jetzt nicht ausmachen können? Also, weil er wahrscheinlich auch nicht verpackt, wie es er in der Zwischung kam. Okay, vielleicht ist der gescheiter. Ja. Waffen nehmen. Weil er ist ein Schwierer da. Er muss die Gruschen an. Ja. Vielleicht musst du in der Richtung gehen. Geht ja gar nicht. Ah, der hat dich. Der hat dich. Ja, wie kann ich den drauf haben. Erstens muss er so knapp sein. Kannst du theoretisch davon haben? Nein. Versuch ich vielleicht nicht. So. Er im Heu. Nimm mal den Scheiß. Dann kommt er da, den Heu in den Zahn. Dann. Er ist der Nächste. Ja, jeder. Da bist du im All schon da drauf geschehen. Den heu die Gruschen rein. Er hat daneben. Er hat daneben. Er hat daneben. Er hat daneben. Nehmt sich die Worte und ich hab auch mal da drauf. Passt? Just a warm out. Nein. Das scheiß kein Problem. Was der Rückkehr, weil ich in denen von anderen Seiten auch gehört. Ja. Das ist okay, weil die kommen nur von der anderen Seite. Dann werden wir. Jetzt. Super. So. Das war leicht. Aber die Innere vor dem Sausch war. Ja. Weil dann immer der eine gleich viel schneller kommt wie der andere. Ich dachte. Puh. Das ist gut. Anfinished Business. Okay. Das ist jetzt eine schöne... Was? Was? Nein, das soll ich. Das muss ich da von links... Ach so, ich hätte mir die Weihfloschen starten müssen. Was? Ich verstehe. Ich darf nur von der anderen mal gucken. Dann ist es groß. Wenn man da kommt. Dann mal diese. Langsam. Ich nehme mir die Weihfloschen. Okay. Ich denke, wir werden nicht schießen. Oh. Wir haben noch Schau. Wir werden nicht schießen. Wir werden nicht schießen. Oh. 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 Ja. Kann ich nichts mehr machen. Kann ich nichts mehr machen. Ich habe am Anfang mal gesehen, in welche Richtung das ist. So. Er. Er. Wir haben alle sowas da zusammen. Nimm mal die Weihfloschen. Die stehen dann rund ums. Ich habe die Soxdage. Oh. Ich vergreibe mir dann. Ich hoffe, ich habe ihn gewogen. Nein, will nicht. Uh. Okay. Das habe ich noch nicht. Er kann die. Er kann ich auf was da am schießen mit dem Scheiß. Ja, aber auf den kommt es nicht. Na, auf den kommt es nicht. Nach links muss ich nicht. Was ist, wenn sie da noch in Deckung gehst und wir weiter rennen? Ja, ich meine, ich muss irgendwie weiterkommen, oder? Nein, aber wenn du da vorne rechst und wir weiterrechst und du mal lesest nicht. Da oben! Du hast ja gesehen, du hast die höchste Deckung gehören. Ja. Und da kommt der Typ von links raus. Er kann ja die Weihflaschen auf die Brust schnappen. Da kann man die Kugel nehmen. Da kommt der Typ. So hoffentlich die Waffen raus schießen. Habe. Und er schießt, weil er hat sie wieder nachgeladen. Ich glaube, das macht nicht so viel Damage, die Scheißkugel. Er trifft so wieder. Nicht? Daneben. Warte, ich glaube der unten ist nicht schlecht. Die sind nicht los. Nein. Voll scheiße, oder? WTF, was ist das? Ah, die haben sie selber erschossen. Wo ist die Waffe? Nein! Von wo war denn der, Alter? Von hinten, von da hinten ist noch einer gekommen. Nein! Nicht von da hinten. Von da hinten ist noch einer gekommen. Nein! Unersicher. Doch, ich habe es gerade gesehen. So, da kann ich rein. Er auf die Ohren. Und noch einmal. Dich. Machen wir das jetzt wieder so. Da wehne ich rechts vorbei. Halt. Geh nochmal links. Geh nochmal links. Halt. Nein, da kann es so weit kommen kommen. Ich habe schließlich die Einfluss. Ich fack das. Halt. Halt. Ja, ich brauche auf jeden Fall Waffen von den Jungs. Halt. Ja, das war eigentlich ein guter Feuer. Halt. Halt. So. Er droppt ja offen. Aber das ist da vorne. Das heißt, ich kann den Scheiß nehmen. Da hinten kann nichts sehen, Alter. Doch, das ist von vorne rausgekommen. Dann schieße ich ab, damit er seine Shotgun droppt. Nehmen wir die Pistole oder die Shotgun? Ja, weiß nicht. Pistole ist eh ein Traum. Pistole ist eh ein Traum. Pistole ist eh, ja. Ein Hose wieder. Das ist mir egal. Jetzt kommt der Rot. Wo sehe ich denn? Von da kommt einer, von da kommt einer. Der hat einen Bespolschläger. Der hat einen Bespolschläger drin. Das ist ein Traum. Der war daneben. Da hinten kommt auch einer. Ja, der trifft mich. Aber da hinten kommt auch einer. Schürst. Das heißt, ich muss ernsthaft kühlen. Halt. 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 Hä-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-Ha- pliers. Irgendwann hat er Angst an ihm ja nicht kümmert. Er ist tot. Er kann nicht mehr schießen. Aber der links geht zurück. Der kann nur schießen. Aber ich habe... Zuerst egal... Da links bei diesem ist ein zweiter, oder? Da links bei diesem ist ein zweiter, oder? Da ist eigentlich ein Kattonder da. Ja, kein Name. Wo ist ein zweiter? Da! Da. Da. Daci Theyi. Wir wissen nicht. Warum ist der Donner da? Super, super, hot, hot Nein, ohne Scheiß, warum ist der Donner da? Super, da muss man da sein Halt, stopp! Was? Jetzt hat er eine kleine Aufnahme mehr Ich darf nur das... 20 GB Wo ist 20 GB? 20 GB? 20 GB 20 GB 20 GB Aber warum? Achso, der Fernseher hat sich ausgeschöpft Mhm Ok, dann muss ich erst mal den Kondom haben Ich glaube, wir müssen wohl die Kaiser haben Wo ist es? Ja Geht natürlich Ja Ich weiß nicht, wir spielen müssen weiter oder? Ja, machen wir wirklich Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ja, das ist nur nochmals 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 Ich weiß nicht, wir können das nicht